Sich kreativ in Sachen Modedesign und Hairstyling so richtig austoben, ist das Motto der Modeschule Hallein. Nach den Umbarbeiten haben die insgesamt 400 Schülerinnen und Schüler nun genügend Platz sowie das nötige Equipment, sich schöpferisch zu entfalten. Es wurde sehr viel investiert, 3,8 Millionen insgesamt und ein Drittel davon hat das Land Salzburg übernommen und ich bin überzeugt, es ist eine sehr gute Investition und was die Schülerinnen und Schüler dort leisten und zeigen, ist jeden Euro wert. Ich habe mich halt schon immer für so Mode interessiert und da kombiniert sich das halt ziemlich gut mit Matura und mit Lehre, weil das war für mich immer wichtig, dass ich auch Matura habe und da eignet sich die Schule perfekt. Also ich habe einen Bereich Visagistik und ich bin besser in die Haare, also vom Hairstyling her bin ich besser. Als Schminken, da bin ich noch eher so, ja das geht bei mir noch nicht, also ja da steigern wir immer. Was nicht ist, kann ja noch werden, denn die Modeschule verspricht nicht nur eine fundierte Berufsausbildung, sondern auch einen Maturaabschluss oder die Möglichkeit zur Meisterprüfung. So dass unsere Absolventen bestmöglich Fuß fassen können in ihrem späteren Berufsleben und das schaffen wir auch durch starke Zusammenarbeit mit der Wirtschaft. Es gibt viele Kooperationen, wir haben viele Projekte. Die Modeschule Hallein ein Fashion und Styling Hotspot für die zukünftige Kreativbranche.